Meine Damen und Herren, dann habe ich etwas für Sie und zwar ein junger Mann, der ist noch nicht so bekannt bei uns, wird es aber ab heute Abend sein und ab letztes Wochenende wahrscheinlich schon, denn er hat als zweiter Deutscher mit 21 Jahren die Europameisterschaft im Tischtennis gewonnen. Heute bei uns zu Gast, Europameister Timo Boll. Herzlich Willkommen, Glückwunsch zu dem tollen Erfolg. Du bist der zweite Erste, der das geschafft hat. Wer hat es noch geschafft? Der Jörg Rosskopf hat vor mir gewonnen. Der Jörg Rosskopf, der immer mit dem Kleinen da zusammengespielt hat, im Doppel. Genau, mit dem Speedy Fetzner. Im Doppel hast du ja auch Gold gewonnen. Ja, das war auch eine sehr gute Leistung. Da hat mein Doppelpartner vor allem sehr gut gespielt. Der Soltan Fair Conard und ja, der wichtigste Sieg war, denke ich, im Halbfinale gegen die Holländer. Ja, natürlich. Die spielen da auch mit. Klar. Wer war im Endspiel dein Gegner? Ein Grieche. Die Griechen sind gut im Tischtennis? Ja, anscheinend schon. Ja, wie hoch hast du gewonnen? 4 zu 2 ging das Spiel aus. Das geht immer in Sätzen? Da gab es ja Regeländerungen beim Tischtennis. Ja, mittlerweile geht ein Satz noch bis 11. Früher bis 21, oder? Früher bis 21. Wir haben das immer noch bis 21 gespielt früher. Ja, und vier Sätze muss man gewinnen. Vier Sätze muss man gewinnen. Was sind das, sind das deine eigenen Timo Boll Schläger? Das ist mein eigener und den werde ich dir heute schenken. Toll, ich kriege einen eigenen Schläger. Sensationell. Ist hier in Deutschland ja immer noch ein bisschen Randsportart Tischtennis, oder? Ja, was heißt Randsportart? Wir haben 700.000 Mitglieder im Verband und ich glaube, das ist eigentlich keine Randsportart. Ja, aber... In den Medien sind wir noch Randsportart. Das meine ich ja, in den Medien. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen ändert. Ist das in China anders? Ja, in China ist, denke ich, Tischtennis noch mit Sportart Nummer 1. Hast du schon mal in China gespielt? Ja, schon öfters. Wie viele Chinesen gucken sich da Tischtennis an? Ein Stadion mit 80.000 Leuten oder was? Wie geht's das da? Okay, da sind Hallen voll mit 10.000 Zuschauern und... Die können doch den Ball gar nicht sehen. Ja, den haben wir auch ein bisschen vergrößert jetzt auf 40 Millimeter von 38. Wie? Die Bälle sind vergrößert worden? Genau, dass die Zuschauer... Beim Tischtennis? Genau. Auch bei den Frauen? Oder nur beim Tischtennis? Auch bei den Frauen. Warum spielen die Chinesen eigentlich so? Also bei uns spielt man ja gerne so. Die Chinesen spielen ja irgendwie so, oder? Die halten den Schläger immer so. Ja, die Europäer spielen ja alle fast diesen Shaken-Griff und viele Chinesen spielen hier diesen Penolder-Griff, heißt er. Und warum ist das so? Gibt es da einen Grund für? Ja, da haben sie ein bisschen mehr Spielfreiheit hier. Da kann man mehr Schnitt geben. Aha. Du kannst auch genau bestimmen, wo der Ball hingehen soll, ne? Ja, ich kann zum Beispiel, denke ich, einen Aufschlag machen und kann dir voraussagen, dass du den entweder links oder rechts neben die Platte setzt. Wo ich den dann hinspiele? Ja, ich hoffe es. Ja, ich habe noch eine Platte hier. So. Das wollen wir mal sehen. Und zwar? Auf der Platte ist es natürlich schwierig. Okay, ist schwierig. Ich habe mal ein paar Tischtennisbälle. So. Da kann man mal dein Talent testen. Ja. Oh, ey, das ist ja so ein bisschen... Ja. Ha, 1-0. 1-0 für mich. Ha, 2-0 für mich. Du bist Europameister? Okay. So, jetzt kommt mal ein Aufschlag. Ha! Okay, das ist aber natürlich, das ist natürlich ein Aufschlagvorteil. Der Aufschlagvorteil, ja. Ha! Schade. Ich habe auch viel... Ja, lass noch einen. Hier. 3-3. Ja, Moment. So. Ha! Lass uns ein anderes Spiel machen, komm. Lass uns mal, wir die meisten Tischtennisbälle in den Mund bekommen. Ist besser. Komm, nimm mal ein paar. Hast du schon mal probiert? Ja, ich würde sagen, du fängst an, oder? Ich kann anfangen. Al. Die sind echt größer geworden. Das ist auch ein Kieger. 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 Ja. Mehr ist schwer. Ich auch einen. Ich habe schwer. Ich habe schwer. Ah. Warum ist es schwer? Mehr ist schwer. Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Oh. Hör auf. Oh. 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 Hier ist eine gute Rückhand. Nicht wahr als eine große Klappe. Oh. 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 Ja, 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 ja! Hoffentlich musst du jetzt nicht zum Zahnarzt hin. So müssen sich Frauen mit Silikonimplantaten fühlen, glaube ich. Ja, okay, pass auf, dann lass uns doch mal auf der großen Platte ein bisschen spielen. Du sagst genau voraus, wo du die Bälle hinspielst, ja? Ich mache einen Aufschlag und du nimmst dran. Ja, okay, okay, pass auf. Dann nehme ich mal hier die Bälle mit, so. Und für dich als kleines Handicap, ja, kriegst du ein bisschen kleineren Schläger, ja? Kannst du es damit auch beeinflussen? Ja, wir spielen erst mal so und dann mache ich mal ein paar Aufschläge. Gut. So, also du sagst mir jetzt, wo geht der Ball hin? Na, erst mal spielen wir so. Die Aufschläge mache ich dann mit der Rüste. Ach so, ja, ja, okay. Das soll ein Slice werden. Naja, egal. Oh, ja, gut. Sehr gut. Jetzt kannst du, jetzt kannst du das diktieren, wo ich den hinspiele? Ja, jetzt mache ich mal ein paar Aufschläge. Ah, das machst du mit großen Schläge, okay. So, jetzt spielst du den hier raus. Ich spiel den da hin? Ja. Ob ich will oder nicht? Du kannst probieren, auf die Platte zu spielen. Wenn ich den so schlage, dass der da hingeht, wieder? Du sollst ihn ja auf die, auf die Platte spielen. Ja, ja, klar. Oh, das ist ja sensationell. Ich wollte den da hin spielen. Mach nochmal. So, nochmal hier hin, ja? Ja, ja, okay. So, jetzt spielst du mal rein in die Zuschauer. Wir spielen da hin? Ja. Das ist ja unfassbar. Machst du das so oder? Ich zähle das gar nicht. Mach nochmal, zeig nochmal. So, jetzt spielst du den ins Netz. Jetzt spiel ich ins Netz. Ja. Oder auf die eigene Hälfte. So, jetzt drüber. Oh, schau. Entschuldigung. Und die anderen wissen das dann auch? Ja. Ich meine, die müssen ja wissen, was sie da machen müssen, damit das nicht so ist. Wie geht das denn? Dafür trainieren wir ja jeden Tag. Sie das ja überhaupt nicht. Das ist ja die Kunst des Tischtennis. Ja, natürlich. Komm, wir machen mal ein Spiel. Du nimmst aber noch ein bisschen kleineren Schläger. Nimm den hier. So, da bin ich mal gespannt. So. Oh, scheiße. Da kam ich Nimm-Schläger besser. Hier geht's. Ah, ist schwer. Du bist Profi richtig, oder? Kann man als Tischtennis-Profi, äh, kann man als Tischtennis-Profi richtig was verdienen? Oder ist es noch so ein bisschen? Ja, ich denke, man verdient ganz gut. Ich kann gut davon leben. Und ich werde mich sicherlich nicht beschweren, wie die Fußball-Profis. Und vielleicht wird es ja demnächst noch ein bisschen mehr. Ja. So, wie viel kann man denn da verdienen als Tischtennis-Profi? Ah, das verrate ich nicht. Ah, das verrätst du nicht? Ja, weiß ich nicht. Was denn? 100 Mark im Spiel, oder was? Spielt ihr um Geld? Ja, wie geht das? Klar geht's um Geld. Komm, wir machen mal Rundlauf mit unserem Publikum. So, haben wir noch Schläger? Ja, wir machen Rundlauf mit unserem Publikum. Dann noch ein paar Schläger. So. So. Haben wir ein paar Leute, die mitspielen möchten hier. Für die Damen haben wir ein bisschen größeren Schläger. Alles parade. Möchten Sie mitmachen? Hier, bitteschön, der ist für Sie. Wollen Sie auch mitmachen? Hier, ein Schläger für Sie, ein Schläger für Sie. So, schon mal Tischtennis gespielt? Kommen Sie ruhig nach vorne. Schon mal Tischtennis gespielt? Ja, klar. Kommen Sie ruhig. So. Ja? Jemand Profi? Profis? Nee, nee. Nein, okay. Wie geht das nochmal Rundlauf? So. Ja, ein paar müssen auf die Seite. Achso, ich auf die Seite hier, ne? Ein paar auf meine Seite, ja. Ist besser, wenn ich neben dir bin. Ja? Weil wenn ich durchkomme, dann bleibe ich ganz lange im Spiel. Okay. So. So. Und raus. Haha. Du bist raus. Du kannst dich wieder setzen. So schnell geht das. Die große Chance, einmal im Fernsehen groß rauszukommen und schon beim ersten Schlag versagt. Mein Gott. Was sollen deine Eltern von dir denken? So ist es. Okay, jetzt machst du solche Bällchen. Ja? Zack. Die musst du schnippeln. Ja? Wie geht's weiter? Wer ist raus? Ich geh mal hier rüber. Du bist raus? Hast du den Ball nicht auf die Platte gespielt? Drüber. Dann bist du raus. Ja, tut mir leid. Ja? Größenschläger. Ja? So geht's. Bleibt wahrscheinlich wieder nur ich übrig. Na ja, das kenne ich. Immer das gleiche Spiel. So. Da haben wir wieder das Finale. Jetzt. Wie geht's jetzt? Achso, jetzt. Achso, du musst jetzt aufgeben. Sehr gut. Und wer ist im Endspiel? Hallo! Vielen Dank. Ja, und da hat er leider gewonnen. Toll, meine Damen und Herren. Kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung geht's weiter. Bis gleich. Okay.